Gibt es denn ein Startzeichen, Guido? Ich kann gar nicht. Ich zähle euch ein. Bist du soweit? Ja. Läuft schon die ganze Zeit. 1, 2, 3, 4. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I've been waiting for this moment all my life. Oh Lord. Und? Wie sind wir? Ja, also, machen wir nochmal. Und ich würde mal sagen, das machen wir bei Scharfgestellt St. Pauli. Einfach nochmal. Tschüss.